Heute geht es um Smartphone Adapter. Diese gibt es in Plastik oder in Metall. Metall ist besser gegen Erschütterungen. Neigbare, die 360 Grad sind. Oder solche, die man einfach drehen kann, aber nicht so in der Achse verschieben. Dann, wie ihr hier seht, gibt es auch solche, die oben und oben noch einen Blitzschuh Adapter haben, wo ihr z.B. eine Lampe montieren könnt. Und jetzt z.B. bei dem noch eine Wasserwaage, wo ihr es sauber ausrichten könnt. Die meisten Telefone haben keine, müsst ihr eine zusätzliche App herunterladen. Also von daher schon noch eine gute Geschichte. Die Fixierung. Hier wird es geschraubt. Eher die stabilen Varianten. Hier wird es quasi eingeklemmt. Eher die rudimentären Varianten, aber wenn es zwischen drin ist. So, jetzt musst du selber entscheiden, was du für einen Halter brauchst und was deine Erwartungen an einen Halter sind.